hallo leute ich bin und willkommen zu einer weiteren folge von sarah und dad ja leute ich bin jetzt hier kurz vor unserem haus denn als sie geladet haben waren da paar zombies das problem war meine pistole war nicht geladen die eine habe ich jetzt erschossen da sind noch zwei nicht na ich habe schon wieder vergessen ich hasse es so jetzt schnell schnell so jetzt komm mal hier blöden so jetzt habe ich alles zerlegt was machen wir heute ja ich habe sehr viel wie soll ich sagen also sehr viel eisen gesammelt heute machen wir heute machen wir unsere workbench machen wir heute das machen wir heute so ich muss was essen habe ich denn was zum essen der tasche nie nicht der tasche vielleicht irgendwo ich habe noch eine falle gefunden wie sieht ich habe ziemlich viele metall gesammelt also viel ist geprallt komm schon sind so viele taschen dass ich nicht weiß wo jetzt das essen da ist das will ich nicht machen jetzt kochen wir daraus was zwar wir legen das mal zusammen ich habe sehr wenig was zum essen so regen ist weg endlich ich will zurück nach hause bin jetzt etwas falsch oder was ich muss zu meinem haus da ist stadt das heißt ich war doch richtig wo ist jetzt mein haus alter wo ist mein haus da schauen wir doch mal also wir werden wirklich ich habe gedacht naja da ist mein haus ich habe gedacht ich werde dort nicht angegriffen aber doch es war nicht so knapp ist das mein haus ist das mein haus ist das mein haus ist das mein haus ist die kirche schnellstens aber nicht mein haus ist aber dafür mein auto ach so ja ich hab ja hier gespeichert und ich wundere mich warum ich nicht gerade zu hause bin weil ich hier gespeichert haben wir müssen jetzt nach hause da ist mein auto so jetzt muss ich mal gucken dass wir nach hause kommen die ist irgendwo hier und ich bin gerade da hinten also ich muss zurück lichtern los geht's wir fahren nach hause ich war ziemlich weit weg ziemlich weit um eisen zu sammeln ja ich fahr richtig ah nein mist ich zerschrotte langsam mein wagen mal los 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 ich soll jetzt die tankstelle sein ja da muss ich noch mal nachschauen wegen dem ersten da ist mein haus und da steht noch ein wagen dem habe ich hier gefahren und mein noch einmal also das ist doch nicht mein wagen gewesen mein wagen steht hier ich habe jetzt krankenhaus wagen dem hier und den wohnwagen ja also ich habe ziemlich viele wagen es gibt hier sehr viel wagen so wir sind zu hause gehen wir mal nach oben so jetzt überlege ich mir gerade also soll ich hier machen auf jeden fall wir können jetzt workbench kraften hier 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 ich weiß hier Und jetzt machen wir hier Licht, weil hier liegt jetzt meine Axt, die will ich haben. So, wir haben jetzt Workbench und jetzt können wir Fenster machen, also Türen machen, Boot Barrikade machen, Repair Kit machen und vor allem können wir Amore Kraft Bench machen. Da brauchen wir noch mehr Eisen. Ich mach mal das hier. Haben wir da keinen Platz oder was? Wir haben noch einen Falle. Wir haben nicht mehr viel. Moment Leute, wir machen das anders. Wir haben nicht mehr viel. Also schauen wir euch hier mal. Hier liegt Wasser und etwas zum Essen liegt hier. Wasser und Benzin. Hier liegt was zum Essen. Jetzt ist die Frage, wir brauchen wieder Platz oder wie? Sehe ich das richtig? Weil normalerweise hätten wir das machen können. Den Salat. Wir haben ja alles dafür. Ich glaube, wir haben keinen Platz. Da lege ich mal das hier hin. Und das hier hin. Ja, wir haben doch. Wir könnten eigentlich den Salat machen. Wir brauchen dafür. Ähm. Da ist schon Tomaten. Haben wir. Beides. Warum ich jetzt gerade das nicht machen kann, ist mir ein Rätsel. Okay. Ähm. Das haben wir. Jetzt machen wir noch etwas. Aber unten. Wenn uns das Platz ausreichend. Und zwar hier möchte ich noch mehr Kraften. Und zwar Feuerstelle. Meine Fresse. So, die Feuerstelle platzieren wir jetzt. Und zwar hier. Wie kann ich das drehen? So. Da haben wir noch eine Feuerstelle. Ähm. Ja. Ich wollte zwar nicht so machen, aber... So, wir können jetzt Salat machen. Ja. Ja. Und Fleisch. Hm. Fleisch habe ich auch. Hier. Hm. Fleisch habe ich auch. Hier. Und das soll das jetzt irgendwie anders gemacht werden. Oh Mann. Ich habe Hunger. Jetzt ist die Frage. Wie gesagt. Also. Brauche ich da Platz? Ähm. Ja. Wir brauchen da Platz. So. Das haben wir. Können wir das da so liegen? Und jetzt ist die Frage. Wie viel Platz wir dafür brauchen? Nicht viel. Nur das muss hier halt sein. Also. Nicht viel. Nicht irgendwie in die Tasche rumliegen. Sondern hier. Okay. Ähm. Wir haben jetzt. Ja. Einen Salat. Können wir jetzt eigentlich gucken. Ja. Wir müssen jetzt was trinken. Äh. Warte mal. Ist die Tasche eigentlich leer? Ne. Wir haben Wasser. Wow. Fast leer. So. So. Haben wir nicht hier was zu... Ne. Haben wir da was zu... Also. Ich habe richtig viel... Naja. Wir haben hier was. Ich habe hier richtig viele Sachen. Jetzt haben wir noch mehr Taschen. So. Wenn es jetzt morgen wird. Und das wird langsam Morgen. Können wir eigentlich. Ähm. Ähm. Schneid. Jetzt ist die Frage. Können wir jetzt... Ich glaube nicht, dass wir die Tür schaffen. Moment. Was braucht die Tür? Sechs Metall. Dann mache ich hier schmal. Wood French. Dann können wir die Barrikaden hier machen. So. Es ist... Stuhl können wir machen. Holz habe ich. Wir hätten jetzt einen Stuhl machen können. Aber okay. Erstmal fahren wir wieder. Metall sammeln. Übrigens. Ich habe eine Gasmaske. Wir fahren erst mal in der Stadt. Und ihr seht, der ist voll, weil ich ihn repariert und äh... gedankt habe. Also. Das ist mein Quartal. Das hier ist nicht meiner. Fangen wir mal kurz in der Stadt. Übrigens. In dieser Richtung. Nach der Stadt. Kommt nichts mehr. Ähm. Sprich. Ähm. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Es ähm. Es kommt zwar was. Also. Man kann weiterfahren. nur dort ist alles vergast. Ja. Das heißt. Ähm. Wir können dort noch nicht. Ohne Schutzanzug und so weiter. Die Gasmaske habe ich ja. Aber ich habe keinen Schutzanzug. So. Jetzt gucke ich mal, ob hier was zum Essen liegt. Munitionsart. Äh. Munitions. Jetzt mein Munition. Ja. Noch zwei. Könnte da passen. So. Jetzt. Rein da. Wir brauchen jetzt Essen und Metall. Um weiter zu machen. Oh. Nee. Lass es sein. Lass es sein, Junge. Lass es sein. Äh. Ich liege mal erst mal. Komm schon. Ich liege mal so. Erst mal. Da rein. Also. Die ist voll die Tasche. Hier können wir was liegen. Also. Da würde ich noch was passen. Legen wir noch mal in der Kleinen. Du bist. So. Jetzt muss ich noch mal nachladen. Ich muss sagen. Leute. Das Spiel macht mir mehr und mehr Fun. Also. Mach mal Licht. Hier ist viel zu dunkel. Haben wir hier was zum Essen. Weil Essen ist jetzt äh. Leider mangelbare. Noch. Noch eine Tasche. Ähm. Also. Ihr seht. Noch mehr Platz. Immer gut verstaunt. Verstaunt. So. Wie spät haben wir eigentlich. Wie spät. Wie spät. Oh ja. Und Tomaten. Brauche ich nur noch Salat. Können wir noch mal kochen. noch mehr Tomaten. Und wenn wir Salat finden. Tabletten. Die Maske. Weiß ich nicht ob ich die brauche. Ich hab schließlich Gasmaske. Ich hab schließlich Gasmaske. Dann. 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 44 發現. Besuch jetzt nach dem. Essen. Shit. Komm mal her Okay Wir müssen etwas zurücklaufen Noch mehr zurücklaufen Ja man, ich muss nachladen Wobei zwei Schuße habe ich ja noch So Zombie ist weg So, wir brauchen Munition Wir brauchen eigentlich An allem Essen Alle Munition ist ja auch Nicht mehr viel Was ist eigentlich mit Meinen Snipergewehr Mein Magazin ist noch nicht da Okay Also die Stadt ist Oh, Eisen Ich wollte sagen Die Stadt ist leer Aber Sieht nicht danach aus Dieses Auto Hat mir Eisen gegeben Das Auto war voller Eisen Was ist los? Trinken und Essen Schnell Usen Jetzt muss ich gucken Wo das Trinken noch mal war Ja, ich könnte diese Also wir brauchen Wasser Dankeschön Das hat auf mich gehört Hat mir auch was zum Essen Und Wasser gegeben Ich brauche noch mehr Wasser Alles rein Brocken Glas Weiß ich nicht, ob ich den brauche Oh Shit Wie viel hast du denn? Warte mal Du bist voll Du kannst da rein Okay Okay Jetzt Oh Mann Oh Mann Das hat Platz Leute Das hat wirklich Platz Jetzt So Munition Noch mehr Munition Und die brauchen wir sowieso So Jetzt Jetzt machen wir das so Jetzt haben wir nicht Hier so richtig Platz Ne Also Wir haben hier so richtig Platz Jetzt Also scheiße Mann Wie sehe ich denn aus Mit diesem Survivor Ich renne immer noch mit dem Teil rum Wartet mal Kann ich denn so machen? Warten mal Kann ich denn? Nein Ich brauche Platz Wartet mal Ich tausche mal Warte mal Ich weiß warum das nicht geht Weil in dieser Tasche Tasche ist Und so weiter Wir machen mal Andersrum Wir machen so Dann machen wir das auch so Dann rüsten wir das auf Legen wir das Teil so Dann das Teil so Und ja Alter Da habe ich jetzt Platz So Und jetzt Schauen wir mal Yep Schaut euch den Rucksack an Alter Habe ich jetzt Platz Also die Stadt War sehr gut zu mir Die Maske brauche ich nicht Und wir haben Vor allem haben wir Eisen Und was zum Essen Weil Ich muss sagen Wir müssen etwas bauen Damit wir aufteilen können Also Wo das ganze Essen Und so weiter ist Also das muss ich mal aufteilen Und Geld habe ich Ohne Ende Mit den vier Schuss noch Ich habe noch vier Schuss Oh Noch einer Ihr wollt mich doch Was ist das? Das nehme ich mal mit Ihr wollt mich doch Verkackern Habe ich noch mehr Platz Tasche in der Tasche In der Tasche In der Tasche Na Also Jetzt geht es ab Hier So Gehen wir mal rein Und ich hoffe Ich werde hier Niemandem eintreffen Und das will ich haben Da sowieso Und das brauche ich eigentlich nicht Die Bandage die use ich mal So Die Stadt ist leer gelootet Jetzt ist die Frage Wir haben das nötige Eisen Glaube ich Bin mir aber nie so sicher 7 oder 8 war das Ich glaube 8 Wenn 8 dann haben wir noch nicht Wenn 7 dann haben wir genug Eisen um Eine Werkbank zu machen Holz werde ich da bei mir holen Das ist jetzt kein Problem Licht aus Licht aus Also in der Richtung können wir nicht fahren Denn dort ist vergast Jetzt fahren wir nochmal zur Tankstelle Zur Tankstelle Und dort will ich noch nach Essen schauen Nicht so schnell Also Holz liegt da Ihr sieht Bremsen wir hier Bremsen wir vor der Tankstelle Oh Mann Hey Lass mein Wagen in Ruhe Blöde Zombie So Er will nochmal Aber rat noch nicht Was machst du eigentlich hier Du bist irgendwie Hotelbürsche Die Bibel nehme ich mal mit Das weiß ich gar nicht Ob ich das brauche Es leer Das leer Das ist voll Also zweimal so voll Weil ich meine Guckt euch das an Wie viel ich davon habe So wir haben noch 3 Schuss Ich weiß dass ich andere Andere Pistole habe Aber irgendwie macht mir Mit diesem Revolver Ziemlich viel Spaß Es war nur 6 Schuss Was ziemlich kacke ist Aber Spaß macht es trotzdem Nimm mal den mal mit Vielleicht werde ich das Irgendwann brauchen Geld Naja Wie gesagt Also Geld habe ich irgendwie So viel Ich muss mal da hinfahren Und dort mal ein paar Sachen kaufen Ähm Dahin meine ich Zum Verkäufer Ähm Dort sollte ich mal ein paar Sachen kaufen Was liegt hier Naja Cowboyhut Keine Sau braucht So hier ist nix Hier ist was Eine Heilung Ein Seil Könnte nützlich sein Ein Laptop Der Rest Naja So lala Noch mehr davon Wartet mal Ähm Also du Du Und Wasser Und das kleine Buch Nenne ich mal mit Wollte nicht schaden So eine Tankstelle ist auch jetzt gelootet Jetzt will ich noch zurück fahren Leute Und ähm Gucken wie viel wir eigentlich für Den nächsten Tisch Wie nötigen So fahren wir mal Also ich glaube ich lasse diesen Wagen Entschuldigung Ich lasse diesen Wagen hier Stehen Und fahre den mal zum Schrott Also zu Schrott Und ähm Mein Haus brennt Ne Das ist nur das Feuer Ähm Schloss nach oben Mann Dass ich so einen geilen Rucksack habe Das ist echt geil So Was brauchen wir noch mal zum Acht Und wir haben glaube ich nur noch sieben Ne Und Lea Du bist Wir haben sieben Äh Haben wir irgendeine Tasche vielleicht noch Eisen liegen Ich glaube eben nicht so Holz Ja Holz habe ich ziemlich viel gesammelt Ähm Wir haben keine Warte mal Wir haben keine Tasche wo ich ähm Sagen kann Ja wir haben noch Egentwo Eisen Ähm Du bist Nicht mit Eisen Du bist auch nicht mit Eisen Du bist eh so mit Trinken und so Ähm Noch mehr Holz Noch mehr Essen Also wir haben viel zu viel Ähm Taschen Wir haben eine Falle Soll ich Soll ich irgendwo platzieren Die Falle Ich weiß allerdings nicht Ob das nützlich sein soll Sollte wir machen folgendes Ich fahre noch mal eine Runde Und bring dann Ähm Uns genug Eisen Ran Und ja Ich hoffe euch hat es gefallen Wenn ihr wisst was zu tun ist Bis zum nächsten Mal Euer Lonewall V3 Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal